Fix & Flip ist nicht die Königsdisziplin, aber auf jeden Fall auch nicht die Einsteiger-Disziplin im Immo-Game, sag ich jetzt mal. Es gibt verschiedene Sachen, die sind viel komplizierter, es gibt Sachen, die sind Dienstleistungen und so weiter. Aber Fix & Flip ist auf jeden Fall ein Weg, um Vermögen und Kapital aufzubauen. Das Video soll dir dabei helfen, die Entscheidung zu treffen, ist Fix & Flip das Richtige für dich? Wenn du das machen möchtest und grundsätzlich Interesse hast, wirst du so einen Leitfaden von mir an die Hand kriegen, wie so einen Hürdenlauf, welche Hürden du überspringen, überwinden musst, damit du am Ende zum Ziel kommst. Jedoch empfehle ich dir, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, einen Plan B parat zu haben. Plan A wäre Fix & Flip. Okay, ich will den Deal kaufen, sanieren, renovieren und flippen oder nur kaufen und verkaufen, dann ist es ein ganz klassischer Trade, was auch natürlich sehr attraktiv ist. Aber wenn das nicht klappt, dann musst du abgesichert sein. Das heißt, Plan B sollte ein positiver Cashflow oder ein vertretbar negativer Cashflow für dich sein, wenn du den Deal behalten musst. Weil wir wollen ja alle nicht, dass du in eine Drucksituation kommst und nicht mehr rauskommst aus der Nummer. Die erste Hürde ist, das passende Asset zu finden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Du kannst über Makler, Plattform oder über die Zeitung oder über das persönliche Netzwerk kaufen. Ich würde sagen, das persönliche Netzwerk, die Familie und Freunde sind ein sehr guter Kanal, eine sehr gute Source, um den ersten Deal zu kaufen, weil da kriegst du eigentlich in der Regel einen guten Preis. Ist halt nicht skalierbar, aber für den ersten Deal definitiv kein Fehler, wenn das geht. Wenn nicht, solltest du dir ein Verhältnis aufbauen zu einem Makler über die Portale anfragen, über die Zeitung anfragen, viel Gespräche führen und dann einsteigen in die Verhandlungen und dann eben den passenden Deal finden, den Preis richtig einschätzen und verhandeln, sodass du Plan A flippen und Plan B behalten kannst. Der richtige Deal ist aber nur die halbe Miete, weil wenn du einen guten Deal hast, wir sehen es aktuell bei 7plus im Mehrfamilienhausbereich extrem krass, die Bank muss mitspielen. Das heißt, du hast einen guten Deal, du findest den Deal gut, der rechnet sich auch gut, aber die Bank gibt dir die Kohle nicht, dann bringt das alles nichts. Du musst es hinbekommen, dass du den Deal bei der Bank so präsentierst, dass die Bank Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Beim ersten Deal empfehle ich immer, also ich sage Online-Direktbanken, vielleicht ein bisschen günstiger in der Kontoführungsgebühr, aber ich bin da absolut kein Fan von. Ich würde jedem empfehlen, von Anfang an mit der regionalen Sparkasse oder mit der regionalen Volksbank zusammenzuarbeiten. Welche Bank bei dir in der Region besser ist, findest du ganz einfach raus, indem du einfach mal dich ein bisschen beraten lässt, mit den Leuten quatschen tust und auch mal mit den Immobilienleuten, die du so kennst, halt redest, welche Bank ist denn da zugänglicher als die andere und für die entscheidest du dich als Hausbank. So hast du es beim ersten Deal auch leichter, weil die Bank kennt dich schon und muss nicht erst noch alles durchleuchten. Hast du die ersten zwei Hürden erfolgreich überschritten, kommt auch schon die dritte Hürde und zwar ist das die Sanierung richtig einzuschätzen. Die Frage ist, was musst du alles machen? Musst du überhaupt was machen? Die Frage muss man sich halt vorher stellen und auch richtig beantworten, weil im Idealfall, ja, macht es natürlich Sinn, so wenig wie möglich zu machen, wenn es nicht notwendig ist. Also wenn die Wohnung auf einem technisch aktuellen Stand ist, alles funktioniert, Wasser, Strom, sieht gut aus, die Wände sind top und so weiter, warum willst du dir neu verputzen und neue Türen und Zargen einziehen? Das Ding ist, es ist ein Investment Case, das muss nicht dir persönlich richtig gut gefallen, sondern es muss einfach am Ende des Tages das Ziel erfüllen und wir reden hier gerade von einem Flip oder von einem Bestandsobjekt im Plan B. Dementsprechend solltest du nicht nach deinen Emotionen handeln, sondern die Immobilie so herrichten, dass sie marktgerecht eingepreist, renoviert und auf den Stand der Technik gebracht wird. Die vierte Hürde ist der Verkauf mit Gewinn. Hast du die Finanzierung hinbekommen, wo auch eine Riesenhürde für dich sein wird, wenn du keine Immobilien hast, keine Erfahrungen hast und das ist wirklich der erste Deal, das ist mir angenommen, das ist der erste Deal, gehe ich davon aus, dass du keine fixen Flip-gerechte Finanzierung bekommen wirst, was heißt eine variable Finanzierung. Das heißt, eine variable Finanzierung ist die vorfälligkeitsfreie Verkaufsmöglichkeit. Du kaufst eine Immobilie, finanzierst die variabel ohne Tilgung, zahlst nur Zinsen während der Zeit, wo sie belastet ist, die Immobilie und danach, wenn die verkauft ist, bist du wieder frei. Das wird sehr schwierig zu bekommen. In der Regel wirst du eine annuitätische Finanzierung machen müssen, die ist aber im Normalfall dann mit einer Vorfälligkeitsentschädigung verbunden. Das heißt, wenn du vorher verkaufst, wie die Vertragsbindung ist, musst du eine Strafe zahlen. Hier empfehle ich, falls du nur so eine Finanzierung von der Bank angeboten bekommst, mit der Laufzeit runterzugehen, hat das Risiko einer Anschlussfinanzierung, falls du auf Plan B umschwenken musst und behalten musst und die Anschlussfinanzierung teurer wird als die Plan A Finanzierung, dann hast du ein Problem, aber dafür, wenn du Plan A realisierst und auch erfolgreich hinbekommst, dann kommst du da günstiger weg, weil die Vorfälligkeitsentschädigung musst du mit einkalkulieren. Und jetzt mal angenommen, der Profitverkauf steht an, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, einen passenden Käufer zu finden, dann kommen Einwände wie, wieso verkaufen sie so schnell wieder, wieso ist denn die Grundschuld so niedrig, weil wenn du mit Finanzierung kaufst, steht ja immer eine Grundschuld im Grundbuch. Angenommen, du kaufst eine Wohnung für 100k, sanierst die, verkaufst sie für 170, dann steht da 100.000 Euro Grundschuld von vor drei Monaten, da gibt es dann manchmal Diskussionen, dann ist der Use Case nicht klar für den Käufer, will er Eigennutzer sein, will er Kapitalanleger sein, ist die Wohnung schon vermietet, wenn du das verkaufst und so weiter. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, einen Käufer zu finden zu einem sehr hohen Kaufpreis, der dir dann auch nicht noch irgendwie Bauchschmerzen bereitet und irgendwie richtig viel Zeug braucht. Also bei uns ist es so zum Beispiel, wir kaufen in der Regel mit Eigenkapital, wenn wir wieder verkaufen. Das heißt, ich habe oftmals gar nicht die komplette Übersicht aller Unterlagen hundertprozentig zum Ankaufszeitpunkt vorliegen, ich kann dafür aber schnell kaufen. Weil wenn jetzt jemand kauft, der eine Finanzierung braucht, kann er nicht so schnell zuschlagen, weil er muss alle Unterlagen besorgen, damit seine Bank mitmacht. Ich hole die Immobilie ohne die Unterlagen, besorge die Unterlagen dann, dass mein Käufer seine Bank mitmacht. Das ist auf jeden Fall ein riesen Marktvorteil, den wir aktuell haben. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das ist der letzte Punkt und die letzte Hürde, die du überwinden und auch verstehen musst. Das habe ich in der letzten Zeit auch schon oft beobachtet. Viele Leute haben sich reich gerechnet, sich den Lambo geleast oder den Porsche Turbo S Cabrio und jetzt wächst denen die Leasingrate über den Kopf. All das ist, wenn der Plan B nicht aufgeht, fällig. Das heißt, Plan A ist entweder bauen und verkaufen oder kaufen, sanieren und dann verkaufen. Das ist der Plan A. Das klappt nicht und du kannst nicht zum Plan B rüber, aber die Leasingrate drückt, dann hast du ein riesen Problem. Deswegen, der Gewinn ist erst dann da, wenn du ihn wirklich auf dem Konto hast. Nicht, wenn der Notartermin rum ist. Und auch noch nicht, wenn das auf dem Konto ist, weil wenn du sportliche Preise erzielst, gibt es halt manchmal einfach irgendwelche Probleme hinterher, die du regeln musst, weil wenn du eine Immobilie saniert hast, renoviert hast und du verkaufst die, musst du auch dafür gerade stehen, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann dementsprechend die Mängel beheben, falls was ist. Alle Bauträger, die ich kenne, haben eine riesengroße After-Sales-Abteilung. Große Aufteiler, die ich kenne. Also Aufteiler sind die, die quasi fix den Flip im großen Stil machen. Die kaufen Häuser, verkaufen die Wohnungen einzeln weiter. Die haben teilweise sogar eigene Hausverwaltungen, um dementsprechende Mängel und Fehler und Probleme abzufangen und auf eigene Kosten zu beheben, dass sie da hinterher kein Problem haben. Das heißt, Umsatz ist nicht gleich Gewinn und Gewinn ist auch erst dann, nicht mal dann kompletten Gewinn, wenn es auf dem Konto ist, das Geld. Dementsprechend bereite dich darauf vor, dass du da Themen hast, wo du mit zu tun hast. Da muss man wirklich durch. Das war jetzt kurz und knapp zusammengefasst, der Hürdenlauf mit 5 Hürden, den du überwinden musst und dass du weißt, worauf du dich einlässt. Plan A, kaufen, sanieren, verkaufen. Plan B, wenn Plan A nicht klappt, ist die Vermietung. Aber vergiss auch nie, alle Energie, die du mental in Plan B steckst, geht an Plan A verloren. Also es sollte schon auch klappen. Schätze dein Risiko richtig ein, schätze die Kosten richtig ein und schätze auch den Aufwand richtig ein, sodass du am Ende nicht zu denen gehörst, die dann hinterher Probleme haben. Und klar, eine kleine Wohnung hört sich erstmal nicht so riskant an, kann aber auch zu einem Problem werden. Dementsprechend überschätze dich nicht und fang lieber klein an, steigere dich langsam und sukzessive, anstatt irgendwie eine künstlich aufgeblasene Bilanz vor dir her zu schieben. Kauf nur sichere Kisten ein, damit du das Ding auch wieder losbekommst.